Musik Die Kilby Oberried startet farbenfroh in das Wochenende. Während die Fahrgeschäfte die ersten wagemutigen Besucher in die Höhe schicken, locken die Essensstände mit verführerischen Düften. Vom knusprigen Schnitzelbrot über mexikanische Spezialitäten bis zu klassischen Zuckerwatte für jeden Gaumen ist etwas dabei. Doch nicht nur für den Gaumen hat dieser Eröffnungstag einiges zu bieten. Im Musikzelt sorgt die Band Blattabras für klangvolle Unterhaltung. Ihre mitreißenden Melodien ziehen jeden in ihren Bann. Ein besonderes Highlight stellt das Sarasani der Jungwach dar. Hier trifft jugendliche Energie auf musikalisches Talent. Und während die Band Seitensprung ihre ersten Akkorde spielt, zeigt sich, die Stimmung könnte nicht besser sein. Ein weiterer besonderer Gastgeber ist der Motorradclub Black Shadow. Mit ihrem authentischen Englisch-Pub bieten sie einen spannenden Kontrast zum traditionellen Kilby-Treiben und setzen gleichzeitig einen kulturellen Akzent. Man blickt in lachende Gesichter, sieht ausgelassene Partygäste, das Zeichen eines gelungenen Abends. Die Kilby Oberried hat auch dieses Jahr nichts von ihrem Charme verloren und verspricht, den Besuchern unvergessliche Momente zu bescheren. Nach 12 Jahren Marketing Im Screen Im Screen Vielen Dank.